und wieder einmal zeit für ein paar dinosaurier dieses mal versuchen wir es mal wieder mit sammeln kann man doch sehen was da drin ich habe auch gesehen ich habe alles verloren kann mir jemand mal sagen wie viel man braucht um den indoraptor zu erschaffen das wüsste ich jetzt mal gern habe ich dir eigentlich schon in der form gehabt wie ich sie habe ich habe nämlich das gefühl jetzt doch habe ich sehe ich doch gerade ich wollte und zwar wollte ich nicht mehr so viele haben deswegen habe ich dir erst mal zum brüten geschickt ja das geht alles ist nicht gerade sehr einfach so viele dinosaurier hat und alle sind nur solche waren aber da kann man nur hoffen dass man das fehlen die gegenstück dazu hat und dann zum beispiel später hybriden zu machen jetzt mal erst mal auch acht da gibt es was mein lösen das will ich nicht erst mal hier 20.000 gold 20.000 gold und so eine blöde gattenskriptur 16 mal fleisch vier mal fleisch sagt doch gleich das ist was von oben stand dann kann ich nur jetzt hier da hinten machen mit auch wieder einen tag oder so dauern wie ich das einlösen kann wollte ich habe schon nicht viel dna kann ich zumindest das essen holen und das geld das was da nicht darin zu gezählt wurde am besten ist es jetzt wenn man das macht scheiß auf geld wir proben vor allem nahrung und dna hier werden wir ohne nicht so viel machen können also was machen wir jetzt flugtiere dingsttiere trugen muss auch aus tiere wir hatten ja gesehen dass unser labirinto da noch nicht vollständig ausgewachsen ist ja auch vielleicht auch wieder labirinto dann und argentinosaurier machen haben wir jetzt überhaupt haben wir nicht für kosten überhaupt 160 nicht gerade so viel wie wir dachten ich dachte es wäre weniger naja wenn man wenig hat jetzt alles zu viel jetzt ruhe ich meine tabel schaue ruht mir in zwei solchen scheiß auf das geld erst mal wenn wir es fertig haben haben wir es fertig tropiognathus wenn wir jetzt nämlich folgendes machen was ist das so reservetiere wollen wir mal probieren ob wir das zeug dazu haben erst mal die verteidigung reinhauen noch mal die verteidigung reinhauen noch mal die verteidigung reinhauen noch was willst du jetzt angreifen von dann du kleinst du kleinst luke ich viel Pustosaurus und du kleinst luke ich viel will mich angreifen will ich es aber nicht wie so dann gehe ich jetzt auf dreifahren angriff und raus den inneren 5 wurde halbiert und überlebt so genau deswegen habe ich mir so viel trost mit den ersatz meint sich aber den habe ich nicht gebraucht wenn ich jetzt das hier nämlich fertig haben kriegen wir treue punkte kommen auch nicht alle tage zu den nächsten jetzt machen wir jetzt war genauso nun umgekehrt diesmal machen das ding so wir haben kein geld mehr kein coins moment wie viel kostet die ist auf sechs minuten erhöht worden das wollen mal die tausend ok das haben schnell geschafft das kann ich mir den letzten kampf wagen wie schon gesagt gleich los im flug dann ist das flug reptil mal die reserve so verteidigen wir und hier hätten wir nicht denn hier hätten wir daran gegriffen werden verloren hatte aber nicht so da gehen wir dann auch noch auf verteidigung joo dann verteidigung nummer zwei ah manns verdammt und deswegen habe ich mir einen ersatz mitgenommen so und patsch dann ist er wieder tot alles klar und der pariert gegen null dauer ich hier jetzt alles rein und habe ich die coins also die wps die punkte genau weiß noch ob das mehrere packs sind mit solchen punkten und es ist sowas was war komisch an den tausend kann ich halt nicht sagen was das war das was ich eigentlich heute früh gemacht habe ist vorbei und ich glaube ich weiß jetzt was wir machen werden beschleunigen das hier so da haben wir auch eigentlich genug davon haben wir auch schon glaube ich ein volles tier wenn ich mich nicht irre wir wollten nämlich ja das wollen wir jetzt machen aber das braucht viel aber gerade so geschafft das sucht das sucht das sucht elf stunden noch dann ist das auch fertig kann ich mir wohl nicht leisten das mache ich jetzt so nicht verzichte ich mal darauf mache ich noch ein kampf der stehgut seratops ist sehr schnell ganz groß aufgestiegen das erstaunt mich und das habe ich gerade das zweimal gefüttert fünfmal gefüttert und es ist jetzt schon eines des stärksten hybriden die ich hier in dieser ladung habe und hier werden auch nur hybriden zur fügung stellt als nächstes werden wir uns auf dem ziel arbeiten den tyrannosaurus rex zu füttern so da konnte jetzt anfangen gehen wir einmal auf erhöhen einmal verteidigung das ist einmal genau so hier mal einmal flug so haben wir das jetzt gemacht oh nein das können wir tun ja da habe ich ein opfer gebracht so jetzt kann ich auf mal zwei gehen und das kann auch wehtun und ich habe verloren da habe ich mein geld verprasselt na gut das ist jetzt der suku suku riepterus angriff und bomben das ist der den alten den rachen und jetzt schon bin ich ein versager doch einig zu trauen ich habe noch sechs münzen sechs scheine meine habe ich noch ein den kann ich den 30er um machen mache ich jetzt aber nicht ich habe was mit 20 jahren wenn ich glück habe gewinne ich das geld bisher habe ich kein gutes gefühl so dann habe ich das jetzt so gemacht und das ist mich mein zarkosturus voll der dreier power ich wusste es gerade mal stark genug um uns zu schwächen aber nicht um uns zu besiegen im gegensatz zu ihnen so das war der jetzt habe ich aber ein problem denn ich habe nämlich alles auf angriff ich habe verloren wie man sieht habe ich auch mal nur scheiße total scheiße in sicht jetzt habe ich noch einen schein und ich kann nichts mehr machen was ich gemacht habe habe ich hier nicht recht und wollte ich auch machen da habe ich noch ein porträt serotops kann ich auch alle alle füttern dann kann ich so zwanziger machen das beschleunigen ist auch gratis da wird es zumindest jetzt so ein vieh hier das ist jetzt level 20 mache ok ich habe keine dna mehr und auch kein geld zum beschleunigen damit muss ich jetzt leben ja eine schlacht gibt es ohne meine das mache ich nicht verkaufen und tiefes zeug zum tauschen habe ich sie ohne genau ginge ich die aus der tauschen das kann ich gegen geld machen das mache ich einfach mal das geld gebe ich auch nicht wieder aus ich team ist den kreunz und sowas gegen kreunz so habe ich zumindest wieder so viel was ich kann das jetzt aussuchen das mache ich doch das werde ich jetzt mal öfters machen da finde ich auch überflüssiges los was ich nicht brauche also bis zum nächsten mal und bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald